Moin, willkommen in Hamburg-Eidelstedt. Wir stehen hier bei der Station Eidelstedt-Zentrum, an der Stammstrecke der AKN, der Linie A1. AKN ist die Abkürzung für Eisenbahn Altona-Kaltenkirchen-Neumünster. Die AKN beginnt und endet heute nicht mehr in Altona, sondern in Hamburg-Eidelstedt. Eidelstedt-Zentrum ist der erste Zwischenhalt auf dem Weg nach Norden, nach Kaltenkirchen. Der Haltepunkt liegt in Tieflage. Dieser Abschnitt der Linie A1 ist komplett zweigleisig ausgebaut. Die meiste Zeit des Tages fahren die Züge hier mindestens alle 20 Minuten, in den Hauptverkehrszeiten herrscht sogar ein 10-Minuten-Takt. Diese Strecke ist also eher eine S-Bahn, was den Zugverkehr betrifft. Sie ist jedoch bisher nicht elektrifiziert. Es fahren ausschließlich Dieseltriebwagen, vor allem Triebwagen des Typs Lindt 54. Hier seht ihr das alte Empfangsgebäude des früheren Bahnhofs Eidelstedt-Ost. Der Bahnhof wurde aufgegeben und durch die neuen Haltepunkte Eidelstedt-Zentrum und Hörgensweg ersetzt. Sie entsprechen besser dem heutigen Verkehrsbedarf. Ihr seht nun Aufnahmen von verschiedenen Punkten entlang der Strecke. Überwiegend habe ich an Bahnübergängen gefilmt. Von denen gibt es hier reichlich – in den Hamburger Stadtteilen Eidelstedt und Schnelsen. Die Stadtteilen Eidelstedt und Schnellen Eidelstedt und Schnellen Eidelstedt ist hier in den Schnellen Eidelstedt. Die Stadtteilen Eidelstedt und Schnellen Eidelstedt Eidelstedt und Schnellen Eidelstedt und Schnellen Eidelstedt Langfristig ist geplant, die Strecke in eine echte S-Bahn umzuwandeln und in das Netz der S-Bahn Hamburg einzubinden. Sie soll dann elektrifiziert werden. Auch manche Bahnübergänge werden dabei vermutlich verschwinden. Einzelne Züge werden auch aus den diesel-elektrischen Triebwagen des Typs VTA gebildet. Die Stadtteilen Eidelstedt und Schnellen Eidelstedt und Schnellen Eidelstedt findest du etwas an에는 Handschellen und Schnellen Eidelstedt Mit diesen Bildern sag ich für heute tschüß und bis zum nächsten Mal!